Wir am Fraunhofer hier in Paderborn präsentieren heute unseren Demonstrator zur Entwicklungsarbeit 4.0. Der Demonstrator zeigt, wie man Maschinen und Anlagen in Zukunft als Hologramm in Originalgröße in dem Unternehmen präsentieren könnte. Der Vorteil an dieser Technologie ist, dass wir vor Ort die Maschinen und Anlagen visualisieren können, ohne sie vorher gebaut zu haben. Man könnte durch die Größe des Hologramms schon bestimmen, wo es Kollisionen gibt oder auch nicht. Ein weiterer Vorteil ist, dass Kunde und Entwickler direkt miteinander kommunizieren und so gemeinsam das Produkt entwickeln, ohne am gleichen Ort zu sein.